Hey ho, hier ist Ranja und zusammen mit der Easy, die jetzt mehr ihr accountert, versuchen wir jetzt mal Tempelräuber zu spielen. Und zwar haben wir das schon mal auf Easy's Kanal vor ein, zwei Wochen gespielt. Und haben uns gedacht, weil wir da im harten Modus vielleicht das ein oder andere Mal versagt haben. Wir fangen mal mit dem Leichten an, ja? Oh, guck mal, man hat zehn Leben in Leicht. Ach Quatsch, echt? Doch, guck mal, das steht hier. Ach, so für Noobs wie dich, weißt du, das brauche ich gar nicht. Für Noobs wie mich. Ah, okay. Ja, genau. Hört ihr das, ha? Ja, haben sie gehört, deswegen habe ich ja auch laut und deutlich gesagt. Du hast ja noch nicht mal ein Pad, Ronja, weißt du was? Ja, brauche ich nicht. Ein Pad ist was für die Leute, die zu schwach sind, allein. Ja, ein Pad ist was für Leute, die sich es leisten können. Ah, okay. Und? So, wir sind da. Auf geht's. Guck mal, wir sind sechs Leute. Easy. Es ist megaschön hier, oder? Wir brauchen aber fünf Kristalle. Okay. Ich gehe hier direkt die erste links. Ja, alle gehen da irgendwie. Aber Wettrennen kommt mit. Okay. Dann lasse ich ihm das. Und, ähm, gehe in das nächste. Weil es ist ja Quatsch, wenn wir zu dritt den ersten Dungeon machen. Das ist völlig richtig. Das ist, wenn ich... Oh, man kann hier hoch. Warte mal, ich gehe hoch. Ich glaube, das haben die anderen gar nicht gesehen. Unsere anderen Mitspielkollegen. So. Wo bist du vor? So, Nummer uno. Habe ich bekommen. Hast du schon bekommen? Oh, was. Yes. Das ging mal wieder schnell, lieber. Ja, aber das liegt daran, dass du hier schummelst mit deinem Pad, ne? Das ist hoffentlich dir schon klar, ne? Ronja ist einfach eine schlechte Verliererin, müsst ihr wissen. Okay. Ich bin einmal gestorben, aber das ist nicht schlimm. Ich bin auch einmal gestorben, aber wir haben ja genug Leben. Ich wusste nicht genau, was ich hier machen soll. So, zwei haben wir schon, Ronja. Unklar. Zwei. Ja, ich bin hier gerade am dritten dran. Ich laufe gerade zum Anfang zurück und alle rennen mir hinterher. Was ist mit den Leuten hier noch? Die Leute wissen, wer du bist. Die wollen nicht das Spiel gewinnen. Die wollen einfach nur... Die wollen hinterherlaufen. Die wollen... Ja, aber das ist oft so, oder? Ich habe das Gefühl, wenn man sagt, oh ja, man spielt zusammen, dann spielen die gar nicht das Spiel, sondern freuen sich einfach, dass man niemanden hat. Und sind so, oh, wie cool. Und die gucke ich immer die Videos und freuen sich dann, dass du da bist. Hey, wie kommen wir hier rein, Ronja? Hier, guck mal. Ach nee, da hoch muss man. Ich hüpfe jetzt wieder zurück. Ah, hier musst du hochklettern. Hüpf, hüpf, hüpf. An den Wänden. Hüpf, hüpf. Ja, da bin ich schon hoch. Ach so, bist du schön. Sag mir das doch, ich habe die ganze Zeit... Ich habe doch gesagt, hier oben ist noch was. Das wissen die gar nicht. Nichts gehört. Nichts gehört habe ich. Ja, pff, pff, au. So, da hinten ist eine Tour, die habt ihr schon geholt, wa? Schon wieder tot im Totland bin ich, naja. Nicht schlimm. So, ich gehe hier lang. Passiert den Besten. Genau. Ja, sonst würde es ja mehr nicht passieren. Okay, falsche Richtung, weiter geht's. Ah, ich sehe, da bist du, weil da ist deine Armee an Leuten, die dir folgt. Nein, wirklich. Ich hoffe, sie fallen jetzt alle runter, wenn ich hier leise bin. Oh nein. Und zack, da haben wir ein neues. So. Okay, ich gehe schon mal weiter nach links. Oh, warte, wir haben schon alle fünf. Haben wir? Das ging ja sauschnell. Ja. Aber ich habe natürlich alle alleine gesammelt. Fünf von fünf. Ich glaube tatsächlich, du hast mehr gesammelt als alle anderen. Ich habe nur zwei gehabt, alles gut. Ich hatte einen. Okay, aber das heißt, wir haben gewonnen, oder? Wir gehen hier raus. Wir müssen nur noch zum Ausgang. Okay, easy ist ja nun wirklich easy. Also, ich weiß, ich sage das immer und dann denkst du, ich meine nicht, ich meine das Spiel. Ich glaube, der Ausgang, ja, der ist offen. Perfekt. Kitsching! Drei Minuten. Drei Minuten. Okay. Ich gehe nach links direkt. Ah, nee, da gehen die anderen schon hin. Okay, ich gehe direkt nach rechts. Da ist auch schon einer. Mist. Da ist auch schon einer. Du musst hinten durchgehen. Ich gehe hinten durch. Ich mache geradeaus hinten durch das Ding. Achso, das ist auch nur das Einzige. Da mache ich, äh, nichts. Nichts. Da ist halt nichts anderes mehr, ne? Warte, aber es gab, es muss noch fünf geben. Ich habe das jetzt erst drei gesehen. Vielleicht musst du wieder irgendwo hochklettern. Das ist, wenn ich, ja, auch überlegt. Hier hinten ist aber jemand. Ich glaube, aber der kann das nicht. Der kommt gerade ganz frustriert zurückgelaufen. Vielleicht kannst du ihm die Arbeit abnehmen. Vielleicht kann ich ihm die Arbeit abnehmen. Ah, hier hinten sind zwei Dungeons. So, meins habe ich. Dann nehme ich den einen hier. Okay. Uh, das ist aber ein schwieriger. Ui, ui, ui. Ei, ei, ei. Kann mal kurz sterben. Bin ich schneller am Anfang, so. Aber du hast nur fünf Leben, easy. Gib sie dir auf. Ach, das reicht ja völlig. Okay, angebe. So, der rote ist jetzt auch zurück, glaube ich. Ich glaube, wir haben jetzt gleich drei von fünf. Alles okay? Ich bin schon wieder gefallen. Ich bin kein guter Jump'n'Runner, okay? Ich glaube, wenn ich es schneller mache, bin ich besser. Tatsächlich. Ach, ist das der grüne da hinten? Warte, dann komme ich zu dir. Ich mache den grünen schon. Ja, musst du nicht. Ich kann das. Aber wir haben ja dann erst drei von fünf. Wo sind denn die anderen? Ja, hier haben wir vier von fünf mit dem grünen. Rechts davon war eins. Oh, hier brauche ich vier Schlüssel für die Truhe. Da finde ich jetzt aber richtig Loot. Nee. Na ja, okay. Dann halt nicht. Zack. Ich glaube, es geht schneller, wenn ich mich jetzt einfach... Obwohl, vielleicht schaffe ich es ja auch mit dem Hüpfen. Never mind. Okay. Und fünf von fünf. Hast du den letzten? Da haben wir es. So gut. Yes. Mittel ist ja auch. Also, pff. Da war ja alles keine Herausforderung hier. Ja, ich hätte es fast gesagt. Und mit drei Leben übrig auch noch. Pff. So, dann wollen wir mal. Wo ist der Ausgang? Okay. Hier sind die acht... Äh, die acht. Die ganzen Kristalle. Und der Ausgang müsste gegenüber sein, oder? Irgendwo? Weiß es auch nicht. Ah, da hinten. Da leuchtet der Weiß. Nein, warte auf mich. Ich weiß nicht, wo der Ausgang ist. Ich bin bei dir. Hier bin ich. Wo geht's raus? Ah ja. Hier direkt den Gang lang. Ah, okay. Ich lasse mich zurück. Schnell. Allein im Tempel. Schnell nach draußen. Wir haben wieder Kristalle. Das ist doch nice. Du kannst dir ein Pad kaufen vielleicht. Ja, vielleicht wirklich. Ich habe jetzt ja Geld. Yes. Uh. Cool. Okay. Der Tempel sagt, wir haben Glück gehabt. Ja. Glück. Genau. Klingt ja gar nicht überheblich. Glück. Also, ich meine. Nein. Warte mal. Hier sind noch Upgrades. Ich will wissen, ob die die Upgrades irgendwas bringen. Herzen? Nee, für Herzen brauche ich mehr von den roten Steinen. Ah. Blaue Steine habe ich viel. Okay. Okay. Was kann ich mir für blaue Steine kaufen? Blaue Steine gibt es einen Juwelenbonus. Okay. Ja, komm. Den nehmen wir mit. Und dann nehmen wir noch den Goldbonus mit. Kann ich das jetzt auch? Oder kann ich nur einen Bonus? Okay. Dann auf in hart, ne? Ja. Richtig und schwer. Let's go. Okay. Dim, 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 dim. Die anderen beiden waren jetzt ja wirklich nicht schwierig. Das stimmt. Naja, was heißt nicht schwierig? Guck mal, kommen die Leute wieder mit. Oh, nein. Nein, das ist zu. Egal, wir warten hier. Ihr kommt alle mit. Wir versammeln uns. Oh, der Typ heißt, ich mag Schokolade. Das ist sympathisch. Ja. So, dann los. Dann gehen wir mal rein, ja? Komm schon rein. Guck mal, was für eine Armee hier mitkommt. Sieben Leute. Ja, das wird was. Sieben Leute sind wir. Das wird doch was. Komm mal, da ist Nummer 8. Nummer... Oh, volle Lobby. Okay, perfekt. Türen gehen zu. Wir wollen mal. Okay. Was wollen wir spielen? Such du es dir aus. Mir ist egal. Ich bin für Schlangenkapelle. Nein, das hatten wir schon. Schlangenkapelle. Schlangenkapelle. Piratensäule. Piratensäule? Okay, es ist zu spät. Ich weiß nicht. Es wird das Spinnengewölbe. Okay. Ja, dann wollen wir mal. Okidoki. Fünf Kristalle und acht Leute. Das heißt, es ist nicht mal schlimm, wenn drei einfach sterben. Richtig. Ich hoffe, das ist klapp, weil du weißt halt nicht, was die Leute so machen. Manche rennen auch vielleicht nur hinterher. Ach, hast du damit Erfahrung gesammelt? Ja, möglich. Wie viele Leute sind gerade hinter mir? Okay, ich gucke jetzt mal bei Lisa zu, weil ich glaube, Lisa hat letztes Mal... Ja, Lisa ist direkt schon tot. Au. Das heißt, ich kann das mal probieren. Nicht, dass ich jetzt gedacht hätte, falls Lisa hier zuguckt. Nicht, dass ich gedacht habe, du stirbst, Lisa. Ja, ich habe nur gedacht, vielleicht brauchst du ein Backup. Ja, du willst ja hier niemanden verletzen. Das ist ja... Richtig. Ich meine, nur weil ich nie sterbe, heißt das ja nicht, dass andere auch nie sterben. Du stirbst nie, genau. Leute, guckt euch die Folge auf meinem Channel an, um zu sehen, wie Ronja nie stirbt. Ich sterbe nie. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. So, Numero Uno haben wir. Das ist richtig konzentrationsschwierig. Ah, nein. It's Meloni ist auch tot. Oh, nein. Oh, oh. Oh, oh. Ja, an meinem Parcours sind schon zwei Leute gestorben. Oh, warte mal. Hier sind Klingen, die runterkommen. Oh, das ist nicht gut. Wir wollen das so schaffen, Ronja. Wir müssen es so schaffen. Okay, 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 okay. Okay, ich hab's geschafft. Du hast es. Aber ich komm nicht wieder zurück, weil der Weg ist eingebrochen. Oh, das ist... Ich mach jetzt erst mal die Kiste auf. Never mind, ich hab keine vier Schlüssel, ich hab nur drei. Ich hab extra Juwelenbonus, ja, damit ich, wenn ich die Kisten aufmache, richtig Cash mach, aber nee, hab ich nicht. Okay, pass auf, ich glaube, das ist verloren. Du glaubst, es ist verloren. Ja, weil da sind Leute, da ist einfach noch nix. Das ist ja ein Brett. Wieso? Das war jetzt ein Frust, ich springe in meinen Tod. Das war einfach... Wir haben schon verloren. Wir hatten zwei Diamanten gesammelt. Izzy hatte einen, ich hatte einen, aber unsere sechs anderen Mitspieler haben leider keine gesammelt. Ja, was haben die eigentlich gemacht? Was haben die gemacht? Das gibt's doch gar nicht. Immer schön, wo andere Schweren sind. Das ist so enttäuscht. Dann wirkt man selber weg. Irgendwann nochmal hin. Irgendwann kriegen wir Hart hin. Der Tag wird kommen, ja. Weißt du, dann machst du mir einen Laptop noch auf und zwei Roblox-Spiele und dann... Bist du auf dem einen Account gestorben und auf dem anderen Account hast du dann irgendwelche Hacks inspiriert und dann geht's gut. Ich spiele gleichzeitig, weißt du genau. Einen mit den Füßen und den anderen mit den Händen. Oh Gott, ja. Ja, ich würde sagen, dann war es ein Erfolg... Ich meine, zwei von drei. Ja, stimmt. Könnte man als erfolgreich bezeichnen, oder? War es definitiv, ja. Und dann haben wir uns erfolgreich hier... Die besten. Die besten Tempelräuber, die diese Welt je gesehen hat. Yes! Falls euch die Folge gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch. Auch, falls ihr Isis-Folge noch nicht geguckt habt, die ist auf ihrem Kanal vor ein, zwei Wochen irgendwie hochgeladen worden. Auf meinem Kanal. Und, äh... Genau. Ciao. Alles gut, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.